Action, Emotionen und Spannung pur. Für die Volleyballerin von Volero Zürich steht die Tür zu den Playoffs weit offen. Im letzten Heimspiel der Gruppenphase treffen die Schweizer Meisterinnen auf Omsk. Gegen das russische Team konnten die Zürcherinnen das Hinspiel für sich entscheiden. Volero Zürich gegen Ometschka Omsk. Donnerstag, 19.50 Uhr live im SSF. Die CV Dennis Bank Volleyball Champions League wird Ihnen präsentiert von der Amag Auto Welt Zürich, der United Volleyball Foundation und der Event Court AG.